Basketball, Basketball, Basketball. Guten Morgen, Sun. So, ich bin jetzt noch nicht dazu gekommen, mir ins Walding zu kaufen. Das ging jetzt nicht mehr klar. Ich mache das heute. Aber ich baue trotzdem Basketball, Basketball Video. Dann mit dem Wilson. Aber nicht das finalste. Das finalste hier aber mit dem Wilson. Auf jeden Fall, bevor ich ins Walding kaufe. Ich bin mal überhaupt. Ich baue nur noch mit dem Walding dann. Weil ich will heute zum Sprönteilplatz auch. Nach dem Roll hier gehe ich durch die Stadt, Frühstück was und gehe dann zum Sprönteilplatz. Und baue da dann auch Video. Und dann kaufe ich mir mit dem Anschluss daran direkt ins Walding. Und werde dann nochmal Basketball Videos bauen mit dem Walding. Und morgen kann ich in der Früh auch hier nochmal ein Spalding Video bauen. Wie ist mein Plan? Und ein guter Plan. Von Le bombers. Himrain machen. Komm. Mhm. Zwei von drei, haben Sie mit zehn. Drei von vier, vier von fünf. Fünf und sechs. Zwei von sieben. Zwei von acht. Zwei von neun. Boah, das ist süßig. Zwei von neun. Zwei von neun. Ich meine von zehn, ich meine von elf. Zwei von elf. Das geht ja dann auch weiter. Das sind ja sechs von zehn und sieben von elf. Zwei von zwölf. Zwei von neun. Zwei von zehn, neun von vierzehn. 10 von 16 so jetzt trainieren wir mal korbleger ja so 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 So, ich habe jetzt noch ein paar Teile, die ich habe. Kaffee WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ja. Ja. Das war's für heute. Vielen Dank. Sollte Das kann ich sagen, was mein Core-Pliegerlevel hat. Was siehst du? Das Problem ist eigentlich dann easy. Jetzt müsst ihr das nun mal richtig trainieren. Ich mach jetzt 100 Stück hintereinander. Und das ist jetzt einfach. Mein Leben haben ist natürlich das Wichtigste. Ich tue nur nach mir hin. Was ist das Gold? Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Deswegen habe ich gelöffelt, Korbleger und Dunking. Das kann ich ja doch kein Dunking nennen. Das ist ja ja... Ich habe das alles schon, als ich 20 war, habe ich die Dunkings gemacht, mit Ringfestheiten alles. Also weil ich das habe, das ist nicht genau das selbe, als würdest du das das erste Mal lernen. Natürlich. So sind aber geil. Das ist gut. Das ist gut. Guter Mann. Mit Fighters. New Fighters. Ja. Richard Razor. Also Charbon, richtig kompliziert da. Ein 2,000 höher, ein 3,000 höher, ein 4,000 höher, ein 5,000 höher, ein 6,000 höher. Ja. 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 Kicks in town. Richard Razor. Macht Boom Boom. Zack. Ich weiß mein Flow. Komm krass. Razor. Tazad. Ja. Ja. Und weiter. Race geht roll. Hey. Was fehlt ihr? Bier. Ja. Ich habe das schon gebaut. Ich habe das. Das hat schon. Alle haben es verstanden? Die meisten Leute hatten die Regeln nicht. Wir sind eine Gruppe. Ich bin der Hoch. Ich kann auch sagen, ihr gesetzt. Schuss. 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 Ich habe so viele Beats in meinem Körper, die ich producen werde. Und auch schon tue. Jetzt haben wir 2. Was ich widersprechen würde, wenn man hätte. Ich habe noch nicht angefangen Beats zu produzieren. Ja gut. War. Ich habe schon Beats produziert. Ist klar. Früher. Ja auch schon. Die habe ich aber nicht mehr. Ja. 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 Ich habe die haben. Habe ich die doch. Muss immer alles behalten. Das ist ja klar. War. Wenn ich jetzt tatsächlich Beats produzieren könnte. Ich habe Musikmaker. Aber mein Laptop hat kein Laufwerk, wo man das reinstecken kann. Ich bräuchte ein Laptop mit Laufwerk. Nein. Nein. Online Musicmaker kann es vergessen. Die Low Virgin. Quatsch. Du musst bezahlen. Ja. Es sind doch trotzdem keine guten. Aber wo es ankommt ist, ich habe ganz viel Musik in mir, was ich produzieren will. Und wenn ich endlich produzieren kann, wird das super geil, ja. Vielleicht haben wir erst, wenn Racket Available ist, meine selbstproduzierten Boots, ja. Kann ich haben, ist auch ein geiles Konzept, das siehst du ja. Also mein Konzept an sich ist super geil, weil ich habe noch ein paar Optionen da drin, ist richtig. Mein Pum macht boom, boom, zack. Ich denke, das ist so geil. Ich denke, das ist so geil. Sollte. 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 Häm passo. Sollte. Bleib hier! Die Zutaten werden in die Zutaten gefeiert. Das war's. Hey! Der herrliche Razor, der königliche und heavenly Razor. Ja, die Frauen machen eigentlich nichts von mir und ich poppe dich und manage dich auf die Titelseite oder ich blamiere dich, aber nur wenn ich das auch möchte, weil ich tue das, was ich will, ich habe ein riesiges Gemächt je. Und Jehova sprach, ein neuer Europe, the High King Rapstar is born. And their name of that Europe, the highest Rapstar on our time, the world. The highest Rapstar on our time is me, is that? Because me is Jehova. Razor, the Tazat King, Boss. On style life, style letter, richtig, complete. Zelfetser, Untersetser, und tranzetter. Ich bin Razor, the Tazat. Razor, the King. Razor, the King, Graffiti Spray, Jataka, with spray can. Ja, War King. So, richtig, complete. 6000 higher. For pay TV and everything what is Blu-Ray, TV and Hollywood and cinema all over the world. That is Razor, the Tazat. One higher. With the 6000 higher. With everything you have to have. With everything you have to have, man. All the details me have. My right law. Yeah. Everything what me have got what me is. Me is that all the time. Constantly averse. The man constantly. Every details, everything. So much having that me is, of course, yes, the universe. That is the fucking yes truth. Me is 6000 higher. Yeah. We deserve that. We have this man here one time. Yeah. That is better. The mind having that me is the high better son of a star drummer. We are a star. We have star musicians. My father is a star. He is born and risen up with. Musicians is the best. Everything. The highest people is musicians. He is risen up with. Education from my family. When we have that is worse. Or it is not worse. Education you have that from the family. Yeah. We have a music education that is a stager star. And that is not crap. Because we have got family what is office law written their star. Yeah. And then higher. Yeah. The world. We have higher. In my family. We have. Until me was seven. We have in the family a higher. But he wanted that not that me is that much. What he have got is. He give a chance for me. He is staying having that we star and everything. But then they wanted that not. But the verse. What we have got is then. More wide and more details. Everything depends. We have every part of the puzzle again. Together high. The having and the content. We let not take that away from mine. And we have everything. Yeah. And it is the sex having truth. That is raised as a fucking truth. Yeah. That me all my life since me is born. Having been staying having. That me is a high star. For Hollywood an actor. And for TV a star. Yes. That is my education. Me star in music is the first. Yeah. And then me is actor also. That is the same. You have music videos and everything. You is musician and actor. Yeah. Me is both. And me is of course. Me have today so much everything. This conception. So much. That is you can believe me. That me is higher than you all. Me have more control. Me is law rechernation. Yeah. That means law creator. Me is law having. Yeah. Law creator. Yeah. Four levels. Yeah. But it is law rechernation. That means my nation. My. Everything. My world. My nations. All the world. It is my nations. Every country what is in true a country. Yeah. Yeah. We have that law of what is a true country. And what not. We have that everything is zero. Yeah. And it is of course all the time we have everything. Yeah. It is a perfect commander. In music. A canon. Entertainment star commander. The 6000 higher me is. Yeah. 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 That is a star. So much record. So much video. So much prices. Also two movies. The cinema. All three. That is a 6000 higher. Yeah. That is a star. Yeah. Then we lawyer me from the beginning as 6000 higher. That is right. Because this king walking. We have got presents. Born rich. Risen up with education. You have everything. Sports. They do instruments. They play music. That is everything in the present. So much rich family. In a space saber risen up. The family give, 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 give. For he is or she is so much a good dancer, singer. Everything. Can ride horses. Can do that. Sports. Everything. The child can do with aid already. Yeah. That is the child is talented much. That is not the child is present. In life have to be. Because present is crap. Present is not ruled. Yeah. You have to know. Yeah. And he also is not another thing from the down. Yeah. Wrisen up in crap. A piece of shit is that. Yeah. You educate this one with 16. What a Erbsenheber is. He does not have that. That is also not higher than me. Both is not higher than me. Me is education. Everything. Planet V with five. When we have me is the education. Born. Baby. And then child and education. Having me is talking with nine months. Without to go in me is huge control to the earth and baby talking. Yeah. Just a normal baby. And then rise. We can say words with nine months and walk. That's interesting. Just with nine months. And then. I am a huge talent. I am a great talent. I am a better family star than you. I am a better family star than you. I am a good friend. I am a good friend of a Cardinal. Who is my uncle. I am a good friend. I am a good friend. And now I am a good friend of mine. And I am a general girl. You are a good friend of mine. And if I am an old man the mother is still on the stage. And I am in an old man. Although I am a better friend of mine. And I was in a good friend of mine. And we have been in a hardlock life. Because now I am a good friend of mine. And my brother is a tough friend. und habe auch den Wert davon, dass ich ein Star bin und ich werde auch ein TV-Star, da habe ich alles Wert, Musiker, Star, Riesen-Stager, mein Vater ist Stager, hunderte Gigs geplayt, riesengroße Starmusiker, kennengelernt, rowdy dafür und supported sogar hat der. Und ich bin damit aufgewachsen, dass ich der Sohn von dem bin, der mit on stage ist, für Riesen-Bands, die die ganze Welt kennt. Und es ist ja die Wahrheit auch, es ist ja wahr. Dieser Stager, ja, Riesen-Up is so much worse, ja, that is the king walking. Ich bin aufgewachsen, mit diesem riesengroßen Wert, dass ich ein ganz, ganz, ganz großer TV-Star für Europe, sogar für Welt sein bin, mit ganz vielen Hugels. Gott haben, ich habe den Star-Body, ich kann 7 und den Star mit 3. Wir ziehen hier einen Star. Hatte meine Familie. Wahr ist das. Und dieser Spasti, den wir dann geheiratet haben, ja, der hatte das alles nicht exakt, die ganzen Details. Das ist alles immer nur present. Der ist nicht hoch in echt und hat, wie die Gesetze sind, was da exakt steht. Dass der dann exakt natürlich hat, was alle haben, die den einsehen. Ich konnte den nicht einsehen. Und dann habe ich mich aus seiner Sicht angelegt und so weiter, etc. Der wollte dann nicht, dass ich hoch bin. Ich hätte das haben können, weil er wollte das nicht, weil ich war mit 7 schon so sehr haben, dass ich Kontroll war. Die anderen aus meiner Familie hatten ein paar Probleme gemacht bei dem Kollektiv. Ich sage, ein paar Probleme. Das ist nicht gut. Einzelne pur Probleme. Der andere doch, der ist. Kollektiv ein paar Probleme. Ja. Und das Erachten, was ich habe, eröffnet der, während wir nebeneinander sitzen. Verstehst du? Ich muss dann erstmal aufstehen. Aber der hat eine Rand. Ich will nicht dazu aufstehen. Ja. Der wollte nicht 78 Prozent. Also, dass ich was höher bin. Ich bin was im Leben. Ja. Aber mein Wert, ich konnte das nicht haben. Ich konnte das nicht haben, dass der mich minimiert, 100 mal weniger. Nur mit festhalten. Und dann einsehen, dass der so ein riesen Haier ist. Ja, das ging nicht. Verstehen Sie, deswegen konnte ich den nicht einsehen. Der hat mir nicht die Chance gegeben, vorzutragen, was ich habe. Style. Weil mit 7, ich fange ja zu schweben, wenn ich Planet Ang habe. Ja, und was weiß ich was alles. Ja, ich style. Ja, das hatte der alles nicht, dass ich das habe. Dann hat der später a peu so rausgefunden, dass ich, also so fetzenweise, dass ich halt Planet Ang habe, oder was weiß ich was alles. Ich bin Militärkommandant. Ich werde ein riesen Star. Das war für den nur, oho, der Junge will ein Star werden. Was der aber wahr gemeint hatte, weil der das gar nicht gerafft hat. Was ich bin, weil der einfach noch inflativ nach oben geblättert ist. Dreck. Present. Unsere Gesellschaft hat 90% aller Menschen. Der ist ein Haier, aber hat nicht, wenn du was bist für den Büro. Die ganzen Details, was du bist, in echt. Ja, das ist nur Käse, der ganze Büro, Schwachsinn, was da steht, haben unsere Bosse. Verstehen Sie, 80% aller ab 100 Haier sind Dreck. Verstehen Sie das? Das ist nur inflativer Froschchenkelfresser Schwachsinn sind die. Die sind Dreck. Verstehen Sie, weil die ja Present sind. Du hast einen riesen Bürowert und bist hoch Büro für tausende Leben und noch mehr. Und Gesetz, was da steht, ist, dass du das exakt hast, was jeder ist, was er hat, Details haben die aber in echt nie. Und wenn du bei so einem vorsprichst, ja, dann ist es schon vorbei, weil du hättest vorher schicken müssen, aber du wusstest gar nicht, dass du den triffst und dann ist dem egal, weil es ist schon, das sind Present, was sie da gerade gehört haben. Wenn so ein riesen Bürowert ihnen plötzlich sagt, ich kann nichts dafür, ich will nur mein Leben haben, dann geht er weg und sie werden erschossen. Das ist ein Present. Verstehen Sie? Ja. Vielleicht war der mal kein Present und die haben den gezwungenen Present zu werden, weil unsere Gesellschaft ist Present, nicht was sein soll. Es gibt richtige Ruler, die das behalten. Deswegen sind Leute wirklich wertvoll. Ich bin das gewohnt, dass ich hoch bleibe, ich bin höher als alle und behandle alle. Ich sehe überhaupt was ein. Ich sehe unter Wert gegen mich nicht ein. Und ich weiß exakt alles, was Wert hat und was nicht Wert ist. Und ich gönne nicht unter Wert gegen mich. Ich erachte, ob du das einsiehst. Das habe ich ausgelebt. Verstehen Sie? Das habe ich früher die ganze Zeit ausgelebt. Eine Truppe von Leuten hat unter Wert gegen dich draußen in der Stadt. Und du gibst eine Chance für die Sehner ein. Das ist hoch. Natürlich, das ich hoch haben will. Ja. Und wenn die nicht einsehen, Gewalt. Ja. Aber ich bin einer, der früher, mit 20, ja. Ich ziehe die durch, ohne die einmal anzupacken. Erstmal eine halbe Stunde. Ja. Und die dürfen wieder verschwinden vom Skateplatz oder so. Das Border Park, das war früher. Hat ja oftmals geklappt. Ja, draußen kann man nicht einsehen. Ja. Ja, da sind dann immer Sachen. Wenn zwei gegeneinander sind, draußen. Ja, beide gehen woanders hin. Sehen nicht ein. Ist in der Stadt possible. Schon. Muss man aber auch haben. Ich habe ganz viel draußen in der Stadt. Ghetto. Ist Lifestyle. Ghetto ist Lifestyle für Entertainment. Ja. Weil draußen in der Stadt muss man definitiv haben. Weil ich habe ja einen Stadtwert, weil ich bin was Besseres. Und draußen muss ich aber auch haben, weil ich bin ein Richtiger. Und nicht nein, bitte lassen Sie mich in Ruhe. Mein Regenschirm klemmt. Solche sind Dreck. Die bilden sich ein anonym. Die gehen durch die Stadt. Und haben einen riesen Hoch. Weil das hat ja keiner, wer der ist. Und wenn den einer anspricht, ich möchte leider nichts mit ihm zu tun haben. Dann ist das aber Dreck. Solche sind Present. Weil der hat, was da steht, wert. Und echt live. Haben. Aber ohne, dass der irgendwas weiß. Also ohne Content. Und das sind die Present. Die sind haben ohne Content. Und daher bin ich wichtig. Ich bin ein King Walking, den man zum Rapstar baut. Verstehen Sie? Ja. Das hat es noch nie gegeben. Verstehen Sie das bitte? Right Complete Star Kommandant. 6.000 Heier. Ich bin der hoch. Ja. Weil ich so viel weiß. Verstehen Sie? Ich weiß mehr. Glauben Sie mir. Ich weiß mehr als alle anderen. Weil ich bin aufgewachsen damit, dass ich ein riesengroßer TV-Star bin. Ich bin Realist und nicht schwachsinnige Eltern. Ihr müsst bestimmt auch mal im Fernsehen. Dumme Eltern bestimmt nicht. Mein Vater ist hunderte Gigs geplayt. Verstehen Sie? Rowdy für TV-Größen. Und Supporter für TV-Größen. In echt kennengelernt TV-Größen. Der wurde nur abgezogen. Aber der hat das. Der hat genug Rules mir vermittelt, für das ich von klein auf baby an habe, dass ich ein Music Star bin. Und Music Star heißt, du bist TV. Verstehst du? Deine Videos laufen und du baust auch Filme. Ich hab das von vornherein, dass du das auch machst. Ja. Du bist ein Entertainments da. Das Wort Entertainment ist meins. Das hat mein Vater mir nie gesagt. Das hört sich bei dem so an. Entertainment. Ja. Der kann kein Englisch. Die haben dem aber auch viel genommen. Mein Vater hat man zerhackt. Aber nicht zu knapp. Ja, das hab ich. Ja, damit er nicht hoch hat. Er hat mit 16 Supporter, ja, von England Riesen. Aber das ist nicht in dem Moment Büro 1971. Das darfst du heutzutage nicht mehr sagen. Ja, als ob ich das nicht hätte. Verstehst du? Ja. Das hab ich. Verstehst du? Heutzutage wird das alles übersetzt. Ja, das wussten die damals schon. Mein Vater wusste das. Ich bin damit aufgewachsen, dass wir das irgendwann haben. Verstehen Sie? Er hat 1971 den Support von einer Riesengroup von England. Ja. Und er hatte das, dass er den entsprechenden Wert dafür irgendwann bekommt. Das ging damals noch nicht alles auf einmal. Ja, das ist aber wahr. Heutzutage steht da die Leute, die, also beziehungsweise verstehen bitte, das Festival hat ja gar nicht existiert. Also wo? Oder meistens wo dann existiert und wo nicht. Und dann hieß es wieder vom Schnatz, die man öffnet. Und dann hieß das noch My Out Festival. Mein Vater ist My Out Festival Drummer. Alle vier My Out Festival. Das ist ja die Wahrheit. Das waren vier My Out Festival. Mein Vater ist Drummer on Stage bei allen vier My Out Festivals bei einem zweimal. Also von zwei Bands. Und auch Rowdy von einer riesengroßen Feldstar Group von England. Und heutzutage kriegt man, wenn man so einen Festival Gig hat, natürlich das Büro schon vor. Ja, das war damals 1971 noch nicht. Verstehen Sie? Wir waren vor ein paar tausend Jahren noch Affen. Und 1971 kriegst du das nicht Büro. Du bist ein Supporter von einer riesengroßen MTV Band. Aber da gab es ja noch kein MTV. Das war damals noch nicht so professionell. Wir haben die Schallplatten von Übersee. Haben die 1971. Verstehen Sie? Sie wissen nicht, was die da für einen Slang denken. Ich weiß nicht genau, was mein Vater da Büro hatte. Das haben die hinterher vielleicht. Der hat irgendwas gekriegt. Büro, klar. Die haben alle nicht so einen riesen Wert gekriegt. Du kannst ja auch Supporter von Supporter von Supporter von Supporter von Supporter kriegen. Und nicht immer, das ist ein direkter Supporter. Ja. Die hatten das aber, glaube ich, damals getrennt. Bürokratisch. Dass das nicht ein Supporter ist. Ja. Sondern die Stage wurde irgendwie getrennt. Oder irgendwie sowas. Weiß ich auch nicht genau. Aber wenn die Wahrheit einfach nur ist, das Festival ist ein Tag. Und alle Bands, die auf der Stage waren, sind auf der Stage. Alle hintereinander. Es ist ein Festival. In echt für alle Zuschauer. Für die Bands auch. Etc. Es ist ein Festival tatsächlich. Sind alle Bands, die da aufgetreten sind, Supporter von dieser namhaften großen Group. Ja. Und man kann Büro haben. Das kann ich ja auch haben. Supporter von Supporter von Supporter von Supporter von Supporter. Kann man ja auch haben. Aber das ist ja trotzdem immer noch ein riesen Haier. Ja. Aber das war nicht 1971 ein Haier. Verstehen Sie? Der Wert heutzutage, wenn man das hat. Wenn man heutzutage hätte, mein Vater wäre aufgetreten. 1971 auf einem Rockfestival mit der namhaften Group. Etc. Tausend Videos. Sogar einen eigenen Film. Und was weiß ich, was die alles haben. Ja. Das wäre heutzutage übersetzt. Ja, der Wert der Group heutzutage. Ja. Mein Vater ist ein 500 Haier. Locker. Nur für den einen Domgi. Der ist noch mehr. Mein Vater verdient mehr als das. Ich will ihn haben, dass ich ihn immer noch unter der Stadt habe. Verstehen Sie? Nicht ein 1000 Haier geben. Gibt gegeneinander zwischen uns keine Zusammenhänge. Ist schon logisch, ob Haier gibt es keine Zusammenhänge mehr. Das ist das, was ich habe. Verstehen Sie? Ja. Ich gehe ja immer höher. Auch wieder. Das ist ein King Walking. Ich habe die ganzen Rules bei Life. Ich habe ja True Life und die ganzen Rules. Und wir haben so einen riesengroßen Entertainment Rap-Star, der ich bin. Ich bin King Walking. Und das gab es bisher noch nicht. Ich habe so viel Zeug erfunden, da wo ich aufgewachsen bin in dem scheiß Kaff. Ich habe so viel Zeug erfunden, was ich alles erfunden habe. Die machen alle mit. Das ist bei mir immer gewesen. Ich baue einen Satz. Alle lachen. Und dann ist das Rules. Nächste Woche ist das im Fernsehen. Ich habe das alles erfunden. Verstehst du? Ja. Ich gebe jetzt kein Beispiel. Aber es kommt irgendeiner an und sagt, das kannte ich schon. Was ein Mensch ist, weiß ich besser, wenn ich ein 6.000 Haier bin, als einer, der nur ein Haier ist. Gerade so mit. Ich habe hoch alles übrigens. Ist ja schon klar. Eisstockschießen. Ja, kann ich besser als du. Du gibst mir einen Eisstockschießen Profi, der hat ein 300 Haier. Ich bin im Eisstockschießen besser als der, wenn ich ein 6.000 Haier bin. Das ist Gesetz. Steht da. Was anderes sehe ich nicht ein. Verstehen Sie? Das ist das einzige, wie unsere Menschheit funktionieren kann. Ja, Eisstockschießen. So, jetzt komme ich auf 720. Ja, den Flüssigste habe ich ja bereits. Ja, da kann ich auch richtig mitfüllen. So. 720 ist dann zwei Drittel. Ja, ich muss erst den 540 bauen. Die Schlitte. Das hebt da irgendwann ab. Ja, ich werde auf Video noch haben. 10LT hat schon mal dieser Bugliacchi. Ich habe den, ja. Da. Ich bin jetzt 6.000 Haier geht doch schon gut von Schatten. Das ist echt Kampf, denkst du halt nicht? Ich gebe dir den Spinning Kick in die Eier und dann habe ich den in der Kopfzange. Und dann gibt es den Piledriver. Das ist Fight gegen Razor. Ja. Verstehst du? Ja. Ja, echt der Kampf. Aber ein Kampf ist immer echt. Ja. Das musst du verstehen. Man muss auch verstehen, wie viele Rules und Details ich habe. Schaut dir die Fresse ein. Status. Die ganz hohe Wahrscheinlichkeit ist, der sieht nicht ein. Ich bin. Ja, kann nicht einsehen. Einmal gesagt bleibt. Ja. Ich mach mich nicht lächerlich. Das ist, äh... Das ist, äh... Das ist, äh... Man kann mit der Zeit spielen. King Panone. Ich führe den Content noch weiter. Ich muss ein paar Kürbis tropfen. In meinem Wilzen. Ich muss zum Sprünftalplatz, auch mit dem Wilzen, damit ich da mit dem Wilzen einmal gewesen bin. Weil jetzt ist der Korb ja wieder erst neu da, der war die ganze Zeit weg, weil ich auf YouTube gebaut habe, im Web-Internet hab ich gebaut. Dass der Korb da hin soll, hat meine schöne Gesellschaft das gemacht, da wird der Korb hier gemacht für den Futur. Ich bin ein Werzer, sonst wär ich nicht hier, das ist ja klar. Ich bin ein Werzer, nicht nur auf dem Papier, das ist wahr, Rhyme King, Razor, Razor, Tazad, right complete, Style King, U-Chaser, Razor, Tazad, GHD, in the higher, ist nur ein Level für, was ich sag gern, ich bin Zaljad, ich bin Havert, ich bin Zaljad, ich bin Zaljad, fang ja ab, was da, der Stray, da, der Tazad, ich komm nicht, mach ich, 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 klein und platt, wenn du committest, ich bin richtig Creamshot am Splitten. So, ich bin Cream, das mit dem Sperm war nur für den Reim immer und das ist wahr, die ganze Zeit, für den DIA, weil dann hast du Sperminator, Jigterminator und das ist einfach haben. Content, verstehst du, und dafür, ob wir es ein bisschen haben, weil Content, ich will haben, insgesamt, hast du irgendwann erst für alle, das kannst du erst haben für alle, wenn die das alle eingesehen haben, dass du echt höher bist, also alle die, für die du in echt höher bist, hast du das Wert und deswegen baut man für TV sowieso am Anfang nicht so hohe Level und ich baue den Wert immer höher als bei Hair Racer. Ja, ich hab alle Details, die in 6.000 Haier haben muss, ja, Right Complete Star und meine gesamte Gesellschaft geht mit hoch. ja, das haben, ja, du bist bewusst, tausmal höher als bei Hair, wie rund unsere Erde ist, siehst du das, ja, Razer, ein Macker, ein Mann, ein Graphic Dispater, ein richtiger Glatzkopf, rasiert, komplett, Skinhead, ja, ist die Frisur, habe ich etabliert, für Friseur, du klappst das Buch auf, Glatze, kann das heißen, aber Skinhead auf Englisch, Linkwitch, wie soll das sonst heißen, sei es doch auf Linkwitch, schlag Diktory auf, Glatzkopf in Skinhead, es ist einfach nur die Frisur, deswegen, ich darf das sagen, verstehen Sie, ich lass mich nicht hacken, ja, Skinhead, Razer, das ist der Singe, der Skinhead Rap Star, ja, ist die Complete Star, Razer Tazad, ich bin Hollywood, ja, wo kommt das her, weil das heilige ist Holz, das heilige Unterholz, das fährt Wald, der Wald, verstehst du, das heilige Gebiet ist da, deswegen heißt es Hollywood, ja, ja, so, Kraft, Trotz, Hooliwood Razer, ist ja auch in Assoziation mit Hooligan, ja, verstehst du, man darf das nicht so sehen, Hooligan against Hollywood, oder so, Hollywood Razer, ja, Muskelkotz, Hollywood Razer, bin ich, ich ändere das noch, da muss es mit 2L Hollywood Razer stehen, ich mein das ernst, aber ich habe, wenn ich tippe, Letter, ich sehe die Letter, die vor mir fliegen, ja, ich schaue nicht auf die Tasten, oder auf den Bildschirm schaue ich auch nicht, nur die Letter, die vor mir fliegen, da stand Hollywood mit 2L, im Haben, da muss man erstmal haben, so viel haben wie ich, und dann writeen, deswegen sende ich auch nicht ganz so viel wie, alle erwarten mein Heil, ja, Razer, ja, wir haben 3, King Walking, der, der von unten kommt nach oben, und der, der Present ist, bauen wir nach oben, der King Walking ist der hoch, weil das ist beide zusammen, gelevelt, ich habe alles, ist Razer, ich bin hoch, alles hoch, Razer, Tazad, ja, Rapstar, Entertainmentstar, alles, was ich gesagt habe, ich muss das nicht wiederholen, ja, ein 6.000, naja, Rapstar, weil ich damit aufgewachsen bin, weil ich Musik bin, im Tivin Star von Baby an, und ich will das sein, ich will das bleiben, ich habe das, ich möchte das bleiben, ich habe das Macht, das zu habern, dass ich das bleiben bin, wie ein Haban, ja, verstehen Sie, ein Musikstar, ernst genommen, im Tivin, im Pay TV, im Cinema, Selling Records, ich bin ein Zeller, weiß, gold, zehn, ja, ja, ja.